Sie hören Maria Dries, der Kommissar und der Mörder, gelesen von Bernd Rehäuser, erschienen bei Aufbau-Audio im Aufbau Verlag. Die Zerstörung Ohn Unterlass mein Dämon mich bedrängt, wie von der Luft bin ich von ihm umfangen. Ich atme ihn und fühl mein Herz versenkt von unstillbarem, sündigem Verlangen. Oft, da mein Schönheitsdrang ihm offenbar, kommt er als holdes Weib, voll süßer Ränke. Mit falscher, buhlerischer Worte Schar gewöhnt er mich an giftige Liebestränke. Er schleppt mich fern von Gottes gnädiger Hand, elend, gebrochen, keuchend durch das Land. Bis zu des Jammers abgrundtiefen Thale. Dort starren meine Blicke wirre und wild, auf Kleiderfetzen und auf blutige Male. Auf der Zerstörung furchtbar Schreckensbild. Charles Baudelaire Die Blumen des Bösen Les Fleurs du Mal Prolog Fünf Jahre vorher, 22. März 2011 Silbern bedeckte das Meer die Bucht. Ein malerisches Inselgewirr glitzerte im Sonnenlicht. Wilde Felsnadeln umsäumten einsame Strände. Vor der schroffen Küste lauerten Untiefen und tückische Riffe. In den Austerngärten ernteten Meeresbauern die empfindlichen Schalentiere. Netzkörbe schützten die Austernzucht vor räuberischen Tintenfischen. In verträumten Häfen wiegten sich Motorboote und Segler. Hinter dem Dünenband und dem Marschland breiteten sich idyllische Weiden, Violette Heide und hellgrüne Artischockenfelder aus. Abgeschiedene Gehöfte hockten in Talmulden. Ein Manoir mit zinnenreichen Giebeln und Lukarnen spiegelte sich im Wassergraben. Auf der vielzackigen Bastion saßen Pfefferbüchsen. Die normannische Halbinsel Cotentin hatte schon Schmuggler, Piraten, Helden und Halsabschneider gesehen. Und sie war ein Sehnsuchtsort für Weltflüchtlinge. Olivier empfand tiefen Hass. Als er die alte Frau auf dem Marktplatz vor Kravil entdeckte, beschloss er sie zu töten. Den Anblick ihrer schwarzen Wollkniestrümpfe und der beigefarbenen Gesundheitsschuhe konnte er kaum ertragen. Er lehnte sich gegen den Stamm einer Platane, steckte sich eine Zigarette an und beobachtete sie. Es war Markttag. Viele Dorfbewohner spazierten von Stand zu Stand, unterhielten sich gut gelaunt und kauften die einheimischen Spezialitäten. Die Frühlingsluft war mild und die Sonne schien von einem blassblauen Himmel. Unter bunten Markisen boten Bauern ihre Waren feil. Es gab eingelegte Oliven, duftenden Ziegenkäse und ziegelrotes Lammfleisch. Fischer priesen ihren Fang an. Meeraale, Goldbrassen und Seeteufel schillerten auf gestoßenem Eis. Hummer krabbelten in einer Holzkiste. Es gab Austern in vier verschiedenen Größen und Berge von schwarzen Schnecken. Vor der Metzgerei drehten sich Kapaune, Hähnchen und Lammkeulen am Spieß. Hinter dem Platz erhob sich die mittelalterliche Kirche aus Granitschnein inmitten einer gepflegten Parkanlage. Umrahmt von Rabattensteinen blühten Tulpen, Hyazinthen und Osterglocken. Am Brunnen spritzten sich Kinder unter großem Geschrei gegenseitig nass. Andere saßen mit strahlenden Gesichtern auf den Fantasiefiguren eines Karussells. Am Rand des Platzes lugten zwischen Tamarisken die Türme, Zinnen und Erker eines Manoirs hervor. Der Marktflecken Krawil lag an der Ostküste der Halbinsel Cotentin in der Normandie, nicht weit vom Fischerdorf Barfleur entfernt. Wenige Kilometer nördlich auf einer Landzunge stach der Leuchtturm von Gatwil mit seinen 365 Stufen in den Himmel. Die alte Frau verweilte an einem Gemüsestand und plauderte mit der Bäuerin. Die Frauen lachten. Schließlich entschied sich die Kundin für ein Pfund grüne Bohnen und zwei violett glänzende Auberginen. Sie zahlte und verabschiedete sich von der Marktfrau. Gemächlich lief sie zum Grill und entschied sich für ein Huhn. Der Metzger holte es vom Spieß und packte es für sie ein. Auf der Terrasse vor dem Bistro hatte der Wirt vor einigen Tagen Tische und Stühle aufgestellt und somit die Sommersaison eröffnet. Fast alle Sitzgruppen waren besetzt.